hallo am heutigen montag den ersten april 2024 war eröffnung von ipad 2 nicht mal zwei jahre nach unserem start im juli 2022 haben wir uns vergrößert und sind umgezogen in eine 507 quadratmeter große location die eine mattenfläche da liegen matten aus 137 quadratmeter die andere aktuell 64 aber da geht noch ein bisschen was ich schätze am ende werden das so circa 67 bis 68 quadratmeter und dann haben wir noch eine das sind noch mal auf jeden fall über 100 die wir noch gar nicht ausgelegt haben weil wir gar keine matten mehr haben ja und ich muss sagen für mich war das heute einfach nur ein training nichts besonderes einfach auch weil ich gar keine kraft mehr hatte das vergangene wochenende war extrem anstrengend und klar wünscht man sich irgendwie wenn man so eröffnet irgendwie so eine große party und das alles fertig ist und das überall luftballons hängen und so weiter aber in der realität ist das einfach oftmals gar nicht so also zumindest habe ich das in meinen drei eröffnungen die ich so miterlebt habe das war vor acht jahren nexus von meinen beiden coaches die akademie dann vor knapp zwei jahren ipad 1 und jetzt ipad 2 wenn du eine jiu jitsu academy aufmachst dann geht es ja eigentlich darum so schnell wie möglich starten zu können mit dem training starten oder weitermachen zu können und das bedeutet halt mathe auszulegen und wenn das liegt kannst du loslegen und dann legst du auch los so ich habe die location jetzt letzten donnerstag habe ich die schlüssel bekommen und klar könnte man jetzt auch erst mal sagen wir machen den ganzen monat einfach renovierungs arbeiten und trainiert noch so lange in der alten weiter klar könnte man machen aber erst mal habe ich keinen bock mehr auf die alte seitdem ich die neue habe so ich kann kein einziges training mehr in dieser kleinen location abhalten geht nicht und darüber hinaus ist es halt auch so es wird ja nicht dadurch besser dass man startet wenn alles fertig ist und blitzig blitz blitzt und blankt ist beglänzt und so weiter für mich persönlich hat es auch ein bisschen scham auf so einer baustelle zu trainieren wo echt viele sachen noch nicht funktionieren aber wir können trainieren ja und für mich war es halt heute so ich war extrem ausgelaugt von also wir haben jetzt heute ostermontag und wir haben am karfreitag angefangen mit dem umzug wir haben an dem tag mit zehn oder elf leuten elf leute waren wir alle matten die wir schon damals eingekauft hatten aus dem keller hochgetragen in miles transporter sind damit rüber gefahren haben die matten da hingelegt am samstag haben wir diese ausgelegt die 137 quadratmeter was sehr viel arbeit war wo wir zu sechs dran gearbeitet haben den boden zu reinigen die matten zu bekleben das war so eine fummelarbeit von dem doppelseitigen klebeband die eine seite dann abzumachen so dass man das aussehen konnte dann mussten noch matten zugeschnitten werden und am sonntag haben wir dann noch allerlei kleine sachen gemacht und heute dann die andere matte die mit 64 quadratmeter ausgelegt ist da mussten wir die sind dies oben im obergeschoss da mussten wir circa 32 matten hochtragen sollen zum glück zuletzt gemacht und dann bin ich auch mit meinem handwerker der gekommen ist schon durch die akademie gelaufen habe ich meine ganze to do liste übertragen womit am morgen beginnen wird und mit sicherheit also da ist einiges an arbeit zu machen und bis wir umkleiden haben in denen bänke stehen bretter an der wand sind haken an der wand sind die lichter in den umkleiden funktionieren das warme wasser in den duschen bis die heizungen funktionieren dass ich weiß wo alle sicherungen sind um die lichter anzumachen zumindest habe ich schon herausgefunden wie ich die karte beleuchte bis das ist noch so viel zu tun also da vergeht noch einiges an zeit ich glaube ja den ganzen monat bin ich da auf jeden fall noch gut mit beschäftigt ja und ipad 2 ist jetzt realität endlich ich habe wirklich lange drüber ja auch schon hier in diese in diesem format drüber geredet und so viele leute haben auch heute mir geschrieben und sich gefreut dass es endlich soweit ist weil damals im september habe ich diese location gefunden und das war auch so ein langer weg und teilweise mit so vielen stopp schildern und rückschlägen und jetzt haben wir diese 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 location ich habe noch nicht mal einen stromvertrag abgeschlossen weil ich die übergabe noch nicht bekommen gemacht habe das wird morgen passieren wo ich dann auch stromzählernummer sehe stromzählerstand aber wenn ich das noch gemacht habe ich gehe mal von einem abschlag von über 200 euro aus bei unserer größe haben wir halt betriebskosten höhe von 6300 euro für alles für miete wasser heizung und strom also da ist auf jeden fall jetzt ein großer finanzieller druck bei mir vorhanden der eigentlich ganz okay ist weil ich halt durch darlehen genug geld da habe um sagen zu können die miete ist die nächsten anderthalb jahre safe so das ist gar nicht das problem und bis dahin sind wir auch spätestens wenn alles sehr konservativ in anführungszeichen schlecht läuft dann sind wir nach anderthalb jahren am breakeven freund mit einem mit einem ordentlichen haufen verlust der bis dahin aufgelaufen ist und dann halt im laufe der darauffolgenden jahre die dann natürlich positiv sein werden zurückgezahlt werden muss aber das ist mir mittlerweile auch echt da ich gehe ich gehe so entspannt mit um weil ich bin so überzeugt von ipa 2 weil diese location einfach so viel bietet und wir als ipa einfach auch schon so viel geschafft haben und in diesem kleinen rahmen sehr gut funktioniert haben dass ich überhaupt nicht daran zweifle dass das in einem großen rahmen auch funktioniert also natürlich wird das funktionieren so was wir in dieser kleinen immobilie die wir die letzten knapp zwei jahre betrieben haben was was wir da alles nicht hatten und mit wie wenig mitteln wir so gutes jiu jitsu gemacht haben und so eine schöne teamkultur aufgebaut haben so wir haben jetzt so selbstverständliche sachen wie umkleide die leute freuen sich darüber dass wir umkleide haben die leute freuen sich darüber dass wir mehr als eine dusche haben die hoffentlich bald heißes wasser haben wird wir haben drei matten unsere kleinste matte ist immer noch ein gutes stück größer als unsere alte matte unsere größte matte ist fast dreimal so groß oder ist die sogar dreimal so groß ich glaube wir hatten 47 quadratmeter bei ipa 1 und jetzt haben wir 137 quadratmeter also fast dreimal so groß und die zweite matte also wir haben jetzt ausgelegt matte 1 die große und matte 3 die in anführungszeichen kleine mit 67 quadratmetern und matte 2 ist aktuell einfach nur der eingangsbereich wo gar nichts steht weil wir nicht genug material haben da will ich auch noch überlegen ob ich da jetzt schon direkt bestellen soll weil bis wir überhaupt zwei matten dauerhaft in betrieb haben wird ein bisschen zeit vergehen also heute waren wir 15 leute exklusiv für mir und ich habe gedacht sobald wir ein gutes stück mehr als 16 sind also sagen wir so zwanzig leute dann würde ich in zwei einheiten draus machen und dann einem eine einheit einem meiner schüler geben der kriegt dann zehn leute und ich kriegt dann zehn leute und so auf der matte 1 können wenn finde ich ohne probleme 24 leute trainieren also wir hatten heute auch doppelt so viele leute sein können und es wäre okay gewesen aber mit 24 leuten wäre es überhaupt gar kein problem gewesen im sinne von auch nicht nur beim technik trainieren sondern auch beim rollen ich habe heute geguckt so wenn sieben paare gerollt haben dann habe ich da 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 und da noch so eine riesen lücke gesehen wo noch locker ein paar hätte rollen können das hätte niemanden gejuckt also zwölf paare 24 leute sind auf matte 1 richtig ohne problem möglich dann wahrscheinlich so sechs sechs bis sieben paare auf matte 3 deswegen waren drei einheiten gleichzeitig laufen lassen von drei trainern geführt dafür geht noch ein bisschen zeit ich überlege natürlich jetzt schon die matten dafür zu kaufen auch gleich die wallpad zu kaufen einmal zwei meter zwei meter in die höhe das kostet auch allein für den einen raum für den kleinen habe ich ausgerechnet kostet das fast 4000 euro will ich gar nicht wissen was das für einen großen kostet auf jeden fall ich habe eine extrem lange to do liste ich habe einen sehr geschwächten körper und meine psyche ist auch irgendwie so ein bisschen braucht man eine kleine pause und jetzt wird es auf jeden fall keine pause geben aber scheiß drauf es ist auf jeden fall die sache wert weil wir haben einfach jetzt ich glaube ich übertreibe nicht und ich sage das auch nicht um amt zu geben sondern einfach weil es die fucking wahrheit ist wir haben jetzt die größte jiu jitsu academy hamburgs vom platz her und jetzt können wir auch das größte jiu jitsu team hamburgs werden das wird ein sehr geiler sommer